Hallo zusammen, wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanic. Es geht wieder ums Verchromen von Kunststoff. Ich muss vorab immer erwähnen, dass diese Sachen jetzt nicht mit einer Stift- und Tampongalvanic realisiert wurden, weil es einfach schlichtweg eine leitfähige Fläche braucht in Form von Kupferleitlack, Silberleitlack. Wenn man sich das vorstellt, das aufzulackieren auf so einem Gegenstand, auf so einer Fläche, dann ist es so, dass es zwar lackiert ist, aber der Glanzgrad fehlt. Der Glanzgrad kommt dann natürlich durch das Metallisieren mit saurem Kupfer, was man sehr lange und sehr dick machen müsste und landet endlich Nickel und Chrom. Man kriegt zwar eine ähnliche Struktur hin, aber natürlich nicht so fein wie hier. Das hier ist ein ganz anderes Verfahren, nimmt sich Vakuumplasma. Es gibt auch sogenannte Verspiegelungstechnik, da wird wie auch lackiert, nur allerdings mit Silbernitrat, was abhängig ist vom Schutzlack. Das heißt, wenn dieser Schutzlack kaputt wird, sprich durch Steinschlag, dann fängt das Silbernitrat hier unten, weil das eingefärbt ist. Chrom, pink, grün, goldähnlich. Fängt er an zu oxidieren, sprich er vergilbt und sieht nach einiger Zeit richtig schäbig aus. Das hier ein komplett anderes Verfahren. Vakuum bedampft, PVD-Beschichtung, sehr harte, sehr korrosionsbeständige Schicht von der Verchromung her und hochglänzend. Jetzt ist es natürlich so, wenn man alte gebrauchte Teile hat, gerade Kunststoff, der einige Weichmacher enthält, verwittert ist oder schon etwas länger am Fahrzeug war, dann ist er natürlich nur bedingt geeignet. Das heißt, wir versuchen natürlich bestmöglich das Ergebnis rauszubekommen. Aber wenn es natürlich in der Anlage unter Vakuum Fehler gibt, dann ist das einfach eine Sache zwischen Anlage und Kunststoffteil. Also da kann man jetzt nicht sagen, hat man schlecht gearbeitet oder schlampig gearbeitet, sondern es ist letztendlich einfach der Zustand vom Kunststoff. Deshalb ist ABS-Kunststoff werksfertig nicht älter als 24 Stunden eigentlich optimal geeignet. Bei allen anderen Kunststoffen versuchen wir, wie gesagt, das Bestmöglichste rauszubekommen. Das ist jetzt ein Rahmen von einem älteren Fahrzeug. Ja, man sieht also, die Beschichtung ist hochglänzend und in der, ja, also eigentlich fast perfekt. Es gibt natürlich immer Leute, die mit der Oberfläche nicht zufrieden sind. Das ist klar, wenn man sehr hohen Anspruch hat, ist es natürlich immer so, dass man sich in der Regel fast um Neuteile kümmern muss. Wenn es die nicht mehr gibt, dann muss man in den sauren Apfel beißen, zu sagen, okay, es sieht gut vergromt aus, aber wenn man natürlich mit der Lupe dranschaut, den ein oder anderen Einschluss findet, dann ist das leider so. Also das kann man und lässt sich leider nicht verhindern. Bei Fragen und wie gesagt, für Angebote bitte immer Fotos und Maße an info.betzmann-garwanek.de. Viele Leute versuchen es immer telefonisch. Muss ich vorweg erstens mal sagen, A, haben wir unheimlich viele Anfragen, B, die Anlage läuft für unsere Großkunden und wir schieben die Teile unserer Privatkunden dazwischen. Wir haben teilweise Wartezeiten zwischen vier Wochen und auch teilweise bis vier Monate. Schreibe ich aber im Angebot immer mit rein. Kleinserien, Großserien, Einzelteile ist alles kein Problem. Wie gesagt, immer nur eine E-Mail schicken. Ich kann am Telefon keine Beurteilung abgeben, ob man sagt, muss komplett entschichtet werden, sprich alte Chromschicht drunter, wie sieht der Kunststoff unten aus oder ist drunter ein blankes Metall, ist es Alu, ist es Gust. Das sind unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Vorgehensweise, die kann ich anhand von einem Telefonat nicht beurteilen. Deshalb bitte immer Fotos und Maße, auch Zeichnungen, wenn es eine 3D-Struktur ist oder wenn es Kunststoff ist, wenn es Schallplatten sind. Sowas ist natürlich machbar, aber bitte immer per E-Mail, weil ich dann die Anfragen einfach besser bearbeiten kann. In dem Sinne, schöne Zeit und alles Gute.